ja heute möchte ich euch eine top 20 liste vorstellen und zwar meine top 20 der brettspiel vorschau 2021 das heißt ja 20 brettspiel die im jahr 2021 erscheinen sollen und auf die ich mich ja sehr freue muss ich sagen die ich aber noch nicht gespielt habe also keins davon habe ich bereits gespielt es sind auch teilweise kickstarter darunter die halt in diesem jahr dann ausgeliefert werden die im letzten jahr finanziert wurden aber auch nicht so viele es sind natürlich eine ganze reihe von spielen auch drinnen die schon angekündigt wurden für den deutschen markt oder die halt vielleicht auch schon auf englisch erschienen sind im letzten jahr und dann auf deutsch in diesem jahr und es sind teilweise oder sind generell eher größere spiele weil die auch in meiner blase in meiner informationsblase mehr aufmerksamkeit bekommen das sind natürlich teilweise kickstarter aber auch teilweise andere spiele die einfach ja ein bisschen umfangreicher sind größer sind und wo man einfach mehr mitbekommt kleinere spiele sind dieser top 20 nicht so viele drinnen auch das eine oder andere aber ja das sind die die dann vielleicht auch weniger aufmerksamkeit bekommen die vielleicht auch allein im laufe des jahres erst angekündigt werden und das ist auch ein gutes stichwort denn ja das ist natürlich nur zum jetzigen zeitpunkt Mitte januar 2021 so ein so eine vorschau es wäre natürlich im laufe des jahres im laufe der nächsten monate noch viele neue spiele für dieses jahr angekündigt viele deutsche verlage ja kündigen ihre spiele ja nicht ein jahr vorher an sondern ein paar monate vorher das wird dann besonders im sommer noch mal interessant wenn dann ja für die spiel ende oktober dann neuheiten angekündigt werden von daher müsste das jetzt auch so diese liste jetzt sehen das ist halt jetzt der stand aktuell und da kommen im laufe des jahres sicherlich noch einige spiele dazu die ich auch sehr spannend finde man muss aber auch natürlich sagen mal schauen wie es dies hier wird mit der spiel und mit den neuheiten die dann zur spiel oder vielleicht ist ja auch wieder eine spiel digital erscheinen werden denn corona hat natürlich große auswirkungen auf die möglichkeit vor allem brettspiele zu testen und auch wenn da im letzten jahr die auswirken noch nicht so groß waren weil halt bei vielen verlagen auch die vorlaufzeit natürlich eine längere ist und das auch möglich war so haben wir natürlich jetzt gerade jetzt im winter der ja ein großes problem ist für viele verlage weil halt da die großen und die flexiblen brettspiel testrunden ebenso nicht möglich sind da werden wir mal schauen wie sich das bis dahin entwickelt aber ich freue mich sehr auf dieses jahr ich freue mich sehr auf die brettspiele die uns in diesem jahr 2021 erwarten und ich möchte einfach jetzt mal meine top 20 hier durchgehen fange bei der nummer 20 an und das ist transatlantik 2 und ja die nummer 20 ist also quasi neuauflage von dem spiel denn transatlantik gab es natürlich schon von mcgertz im pd-verlag und das ist ein spiel was ich mir damals auch geholt hatte was ich mittlerweile auch häufiger gespielt habe auch gerade in letzter zeit weil es jetzt auch eine digitale version bei yukata davon gibt und da kann man transatlantik spielen und das macht mir wirklich spaß ist es halt das problem dass transatlantik bisher ein abstraktes legespiel war wir haben halt karten von schiffen die in einzelnen weltregionen sozusagen hingelegt werden und dann kann man mit den fahren kann handelshäuser bauen und andere dinge machen ist auch ein sehr schöner mechanismus dass man neue karten für das eigene deck holt neue aktionskarten wie man zeit auch von concordia kennt von daher sehr spannendes spiel aber es fehlte so ein bisschen eben die welt und in transatlantik 2 ja da passt jetzt der autor sozusagen das spiel an überarbeitet das spiel und bringt es halt in einer neuen version raus und es gibt halt auch hier eine schöne weltkarte ein richtiges spielbrett mit einer weltkarte wo wir drauf unterwegs sind und das ist natürlich rein optisch schon mal deutlich ansprechender und da bin ich sehr gespannt drauf ja von daher freue ich mich auf transatlantik 2 sehr denn der autor hat nämlich zum beispiel mit antike 2 auch gezeigt dass er mit so überarbeiteten versionen seiner ursprünglichen spiele wirklich deutlich oder viel verbessern kann und da erhoffe ich mir auf jeden fall ein sehr poliertes spiel her dann haben wir auf platz 19 haben wir die crew mission tiefsee wie es auf deutsch heißen wird und ja die crew ist natürlich ein großer erfolg gewesen es ist kennerspiel des jahres geworden vom cosmos verlag und der autor thomas sing hat damit wirklich einen großen erfolg ja auf den auf den tisch gelegt hier und es ist ein tolles stichspiel mit aufträgen ein kooperatives stichspiel wo wir aufträge missionen erfüllen müssen und da war es eigentlich ja nicht überraschend dass jetzt auch schon ein nachfolger angekündigt wurde das ist keine erweiterung sondern es ist ein ja ein selbstständiges ein stand alone nachfolger wo wir diesmal thematisch in die tiefsee gehen während wir im ersten teil als raumschiff crew unterwegs waren aber ich denke mal so rund grundsätzlich von ja von dem kooperativen stichspiel aspekt wird es wieder dasselbe sein aber es wird natürlich neue missionen geben es wird sicherlich neue ja neue tricks und neue kreative ansätze geben und da freue ich mich auch schon sehr drauf denn das ist wirklich ein stichspiel wo man auch mal leute ran holen kann die halt so die klassischen stichspiele mögen und die sich gar nicht vorstellen können dass man hier kooperativ so missionen spielen kann also da freue ich mich auch sehr drauf die crew mission tiefsee bei mir auf platz 19 dann haben wir auf platz 18 die abenteuer des robin hood von cosmos im englischen original dann adventures of robin hood von michael menzel ja der bringt ja wieder mal ein spiel raus und da freue ich mich auch sehr drauf denn erstmal ist es natürlich ein gutes thema und cosmos hat jetzt gerade mit anno 1800 bewiesen dass sie durchaus auch anspruchsvollere spiele machen können und spiele die spielerisch dann durchaus zu gefallen wissen die auch für erfahrene spieler interessant sind und michael menzel hat das ja auch schon geschafft mit seinen legenden von andor den drei teilen und von daher freue ich mich auf die abenteuer des robin hood sehr zumal es auch hier wohl eine sehr interessante mechanik geben wird dass das spielbrett eben veränderbar ist ist ja in der erklärung steht ja auch dass sich das halt erinnert was die spieler schon gefunden haben und was sie schon entdeckt haben und das soll halt wahrscheinlich so eine art kampagnen spiel werden wo wir dann halt nach und nach dinge entdecken und das klingt durchaus spannend und von daher freue ich mich auf die abenteuer von robin hood schon sehr dann haben wir auf platz 16 descent legends of the dark das ist descent legenden der finsternis wo wie es wohl auf deutsch heißen wird und das ist natürlich eine neuauflage von descent wo es ja schon eine erste edition und eine zweite edition gibt es wird eine interessante neuauflage werden weil es wird ab ab unterstützt auf jeden fall werden es wird auf jeden fall ein ganz neues design geben was ja vielen alteingesessenen descent fans wohl nicht so gefällt und da sieht man hier schon ein bisschen diese bewertungen sind natürlich jetzt von leuten die da irgendwie der veröffentlichungspolitik und dem dem schwenk was diese diese franchise sozusagen angeht diese ip denen das nicht so gefällt finde ich bisschen schade dass bjg solches hate voting hier am anfang bevor das spiel überhaupt erschienen schon zulässt finde ich nicht so schön ich hoffe das wird am ende dann realistisch bewertet ich freue mich auf jeden fall drauf ob es dann gut ist werden wir natürlich sehen aber es kommt halt tolles material mit es wird so 3d elemente geben das sieht man ja auch hier ein bisschen hier unten so 3d elemente wo man dann eigentlich die einigen dungeons legt und ja die illustration sieht man jetzt auch hier ein bisschen die sehen halt deutlich anders aus aber ich finde es spannend ich finde interessant von daher freue ich mich auf legenden der finsternis wird natürlich eine dicke box die teuer werden wird aber mal schauen dann haben wir platz 15 und zwar haben wir hier im original super skill pinball for kate ein etwas sperriger name auf deutsch wird er dann flipper mania heißen was ich deutlich cooler irgendwie finde und wird bei frosted games auf deutsch lokalisiert werden sollte eigentlich 2020 bereits erscheinen aber ja da gab es so viel was frosted games gemacht hat und andere projekte waren wichtiger und auch teilweise viel arbeit in kickstarter geflossen an denen sie teilgenommen haben von daher hat sich jetzt flipper mania auf 2021 verschoben aber es ist ein roll and write als flipper man hat quasi ja hier so eine ein tableau ein board das natürlich mit abwaschbaren stiften beschrieben werden kann und dort lassen wir quasi unseren unsere flipper kugel drüber laufen und wir rollen würfel und können dann bestimmte Elemente dieses flippers abstreichen wie man es beim roll and write halt kennt kann bestimmte kombinationen damit auslösen und versucht hat auf diese weise möglichst viele punkte zu machen und da freue ich mich sehr drauf weil roll and write muss ich sagen hatte ich zwischenzeitlich ein bisschen viel aber in letzter zeit sind doch einige roll and write und flip and write erschienen die doch die sachen deutlich kreativer angehen und das gefällt mir dann auch wieder und das ist hier bei flipper mania auf jeden fall auch so dann haben wir auf platz 15 unc gods of egypt ein neues spiel von eric m lang bei simon limited da gab es ja letztes jahr ein kickstarter dafür da habe ich nicht mitgemacht weil ich dann doch lieber die deutsche version haben wollte die dann sicherlich auch ganz normalen handel kommt auch wenn die vielen add ons et cetera da nicht dabei sein werden aber ganz ehrlich das brauche ich auch nicht unbedingt es ist halt so der dritte teil der serie der bei blood raid der mit blood rage angefangen hat und mit rising sun halt fortgesetzt wurde und es soll jetzt so der dritte teil damit sein es ist halt wieder mal ein spiel mit tollen miniaturen aber auch mit so ja mit einem spielfeld wo wir halt gegeneinander antreten und da sind auch hier wieder durchaus spannende mechaniken drin es ist wohl kein glück dabei also ohne glück dieses spiel und es soll dann auch so zum beispiel eine mechanik geben wo dann mehrere oder zwei spieler dann irgendwann zusammenspielen gegen einen anderen spieler der irgendwie weit führt das klingt nicht uninteressant aber ich war dann beim kickstarter auch nicht ganz so überzeugt davon aber insgesamt muss ich sagen ist es trotzdem natürlich ein titel auf den ich mich sehr freue und von dem autor ist ja viele schon erschienen gerade habe ich mich ja vor einer weile dann in cthulhu death may die verliebt obwohl ich das beim kickstarter auch nicht spannend fand von daher hoffe ich jetzt hier bei unc gods of egypt dass das ähnlich sein wird und freue mich darauf dass das dann hoffentlich 2021 auf deutschland auch lokalisiert erscheinen wird dann haben wir auf platz 14 schlafende götter sleeping gods im original auch als kickstarter zumindest als englischer kickstarter gelaufen habe ich auch nicht mitgemacht warte dann auf die deutsche version die hoffentlich beim schwerkraftverlag dann auch erscheinen wird denn ja bisher wurden halt auch die anderen teile oben und unten zum beispiel und andere von rein low cut dort auch lokalisiert ja wir sind unterwegs auf einer welt wo es ganz ganz viele inseln gibt wir sind mit unserem schiff unterwegs und entdecken halt nach und nach diese inseln und erleben dort abenteuer und das klang auf jeden fall auch schon sehr sehr gut ich habe wie gesagt damals nicht mitgemacht weil es nicht auf deutsch kam und das ist natürlich ein spiel gerade wenn man es dann auch mit der familie zum beispiel spielen will wo man natürlich auch eine deutsche version braucht man hat ja wieder die charaktere man hat wieder die die schönen illustrationen von rein low cut man hat viele karten die dabei sind marker und man reist halt hier über diese inseln und erlebt halt an diesen punkten überall abenteuer aus einem abenteuer buch wie man das halt schon teilweise kennt und von daher freue ich mich sehr drauf auf sleeping gods auch ein spiel schlafende götter das hoffentlich dann auch 2021 beim schwerkraftverlag erscheint dann haben wir hier auf platz 13 clash of cultures die die monumental edition auch bei frosted games dann auf deutsch im jahr 2021 hoffentlich kommt es raus ist auch ein projekt ja was sich ein bisschen verschoben hat was auch länger dauert wahrscheinlich als man das erwartet hat ich bin mir gar nicht sicher ob das das spiel war wo letztens im frosted games podcast darüber berichtet wurde dass man da den gemeinsamen druck slot verpasst hat weil halt noch anpassungen nötig waren und wo man dann im endeffekt jetzt selber druckt aber das sollte wohl möglich sein ist auf jeden fall ein sehr umfangreiches zivilisations spiel ein vorex spiel was schon im original ist ja schon ein bisschen älter die version die ursprünglich rausgekommen ist sehr umfangreich war wo dann vor allem durch die erweiterung sehr sehr viel dazugekommen ist und auch eine sehr lange spieldauer hier drei bis vier stunden wird hier angegeben und klang auf jeden fall sehr spannend also sieht auch toll aus wenn man sich hier irgendwie die die miniaturen die dann dabei sind anschaut und die vielen materialien die karten etc und natürlich auch dann hier so die spielfeldteile wo sich dann halt die welt zusammensetzt und das klingt einfach ziemlich spannend und auch die illustration finde ich toll und so ein richtig schönes vorex spiel was ein richtig langes und ausführliches ist das ja freue mich drauf habe ich dann vorbestellt bei frosted games und wird dann hoffentlich auch in diesem jahr ausgeliefert dann haben wir auf platz 12 beyond the sun von rio grande games kommt aber 2021 bei stroman games auf deutsch heraus ist ein euro game wo wir allerdings so teilweise zusammenarbeiten thematisch ist es wohl so dass wir als zivilisation versuchen die raumfahrt zu entwickeln und ja nähergelegene planeten zu erkunden und zu kolonisieren und da ist halt die phase im spiel wo wir halt auch zusammen diese technologien entwickeln wo wir teilweise eben auch zusammenarbeiten müssen aber natürlich auch jeder für für sich versucht natürlich vorteile rauszuholen und am ende müssen wir dann halt versuchen diese planeten quasi zu besiedeln zu erobern ressourcen dazu bekommen und so weiter und das klingt nach einem ziemlich coolen ja wissenschaftlichen thema es soll auch relativ wissenschaftlich fundiert sein so was soweit ich mitbekommen habe bisher und dieser semi kooperative ansatz ist natürlich immer so eine sache da bin ich ein bisschen skeptisch das funktioniert nicht bei jedem spiel so super aber hier klingt das einfach sehr gut und was man bis jetzt so hört und ein feedback bekommt von beyond the sun ist sehr positiv von daher freue ich mich auf die deutsche version bei stroman games im jahr 2021 ja und ein spiel auf das ich mich auch sehr freue und was dann doch jetzt überraschend vor wenigen wochen angekündigt wurde ist terraforming mars ares expedition ein spiel von frix games welches 2021 erscheinen soll und was natürlich die terraforming mars franchise diese ip weiterführen soll zu dem einigen terraforming mars sollen ja keine erweiterung mehr kommen gibt ja auch mehr als genug und es gab ja schon mal vor längerer zeit ja gerüchte über ein würfelspiel ein terraforming mars würfelspiel und nun hat man halt dieses spiel angekündigt was ein engine building spiel werden sollen wo mit karten gespielt wird und ja mal schauen wie das funktioniert vielleicht geht es ja so ein bisschen in die richtung ähm it's a wonderful world was ja auch ein ja ein ein engine building kartenspiel ist mit produktion und sowas könnte ich mir vielleicht in der regel in der richtung ja auch vorstellen also ich bin da sehr gespannt drauf terraforming mars gehört ja auch zu meinen liebigen spielen und von daher will ich auf jeden fall ein ein auge auf terraforming mars ares expedition haben soll als kickstarter kommen aber ich denke mal dass dann wahrscheinlich die version auch noch ende diesen jahres dann wirklich erscheint und ich hoffe natürlich dass dann auch eine lokalisierung beim schwerkraftvorlag ebenfalls erscheint dann haben wir auf platz 10 jetzt sind wir schon in der top 10 haben wir detective city of angels wobei das spiel ja auf deutsch wohl nur city of angels heißen soll wird bei pegasus erscheinen und ist auch schon ein spiel was ein bisschen älter ist 2019 im original erschienen und es ist halt so ein film noir umsetzung wo wir als detektiv quasi in kriminellen fällen in kriminalfällen im 19 in den 14 jahren in los angeles ermitteln und das ist nicht nur thematisch vom setting her ziemlich cool sondern wir können halt hier ähm so spielen dass ein spieler quasi die welt darstellt wie man es halt ein bisschen vom rollenspiel kennt dass er halt wenn wir verhörer durchführen dass er halt die ja personen verkörpert die verhört werden man kann das aber auch so durchspielen oder gegen das spiel ähm das ist alles möglich von daher klang das ziemlich cool ähm hat natürlich mehrere fälle dabei die halt jeweils eine eigene story haben also ein ziemlich cooles setting ziemlich coole spielmechaniken und ich freue mich dass es bei pegasus jetzt auf deutsch dann 2021 endlich kommen soll sollte eigentlich auch klopp es schon letztes jahr kommen hat sich dann verschoben und wird jetzt in diesem jahr hoffentlich erscheinen auf platz 9 habe ich kora rise of an empire was bei yellow hoffentlich dann 2021 erscheinen wird das habe ich mir schon im letzten jahr im letzten frühling noch zur spielwarenmesse in nürnberg als das noch möglich war kurz vor corona anschauen können vor ort und sah wirklich sehr spannend aus ein anspruchsvolles euro game wo wir aber eben eine zivilisation mit aufbauen und versuchen müssen natürlich besser sein als unsere gegner und es geht halt ins antike griechenland und das sah optisch ziemlich cool aus es hatte sehr interessante mechaniken es hatte würfelwürfel zwar dabei aber man konnte auch steuern zum beispiel ein sein einsammeln man könnte man könnte armeen in ferne länder schicken man könnte bestimmte technologische und kulturelle entwicklungen durchführen und das war durchaus spannend und trotzdem wie man es ja auch sieht 75 minuten also durchaus in einer spielzeit die angenehm sein soll bei 4,0 im moment ist natürlich noch schwer zu sagen wie das complexity rating jetzt hier genau dann sich einpendeln wird aber es zeigt schon dass es eher ein komplexeres spiel ist was trotzdem in einer übersichtlichen zeitdauer laufen soll und ja sehr spannend freue ich mich schon länger drauf und hoffe natürlich dass es jetzt 2021 endlich erscheinen wird dann haben wir mit arkais ein spiel welches ich auf kickstarter unterstützt habe im letzten jahr und was nun 2021 ausgeliefert werden soll wird es auch eine deutsche version von board game box geben ich bin mir im moment gar nicht mehr sicher ob ich irgendwie im pledge manager dann die deutsche version ausgewählt habe oder nicht oder ob das ja möglich war ich lasse mich da mal überraschen wäre jetzt auch nicht schlimm wenn es auf englisch kommt ist halt ja eine art dungeon crawler wo wir ähm historisch getrieben in so verschiedenen ägyptischen ähm ja verlassenen ähm äh dungeons quasi unterwegs sind und wo wir als archäologen dort versuchen das zu erforschen hat so wieder so ein indianer jones vibe treffen natürlich auf übernatürliche monster et cetera und versuchen dort entsprechend unsere punkte zu machen und das sah einfach ziemlich cool aus sind mehrere kampagnen dabei und die erweiterung die es natürlich gab waren auch sehr spannend von da habe ich den kickstarter damals mitgemacht und freut mich natürlich dass er jetzt in der deutsche version rauskommt und freue mich da sehr drauf wenn arkais dann im laufe des jahres hoffentlich kommt soll halt auch nicht so komplex sein und die einzelnen missionen auch nicht so lange dauern das ist natürlich für mich sehr gut und ist auch solospielbar das war halt alles so gründe warum ich mitgemacht habe und ja die miniaturen sehen auch super aus und jetzt wo ich auch ja an dem punkt bin wo ich doch mal anfangen werde miniaturen zu bemalen dazu sicherlich später bald auch in meinem blog mehr ist das natürlich auch ein spiel wo man durchaus mal den pinsel schwingen könnte dann haben wir x-men mutant insurrection das auf deutschland auf deutschland x-men aufstand der mutanten wohl heißen soll zumindest hatte ich das mal von asmoday erfahren die das also soweit ich das gesehen habe schon für ende letzten jahres immer mal angekündigt hatten ist dann aber nicht erschienen auf deutsch sondern wird dann jetzt 2021 erscheinen und ist halt ja ein spiel was spielerisch so ein bisschen auf den cool karten spielen basiert wo man dann halt durch karten ebenso räume und orte markiert und dann wiederum mit anderen karten eben dort aktionen und dann wiederum nutzt um diese räume zu überwinden um die gegner zu überwinden und das sollte halt hier ähnlich funktionieren auch hier hat man dann ebenso räume und karten die man da ausspielt man hat allerdings auch würfel und sieht ziemlich bonbon bunt aus irgendwie und ziemlich interessant und es hat mir einfach gefallen weil es halt auch nicht so ein anspruchsvolles spiel ist mit einem coolen thema und hier ist allerdings doch einiges an text dabei von daher freue ich mich eben dann auf die deutsche version die bei asmoday erscheinen soll und ja cooles spiel cooles kleines kartenspiel was sicherlich genau so ein bisschen in meine kerbe schlägt und was man auch gut solo spielen kann x-men aufstand der mutanten im jahr 2021 dann knapp an der top 5 vorbei ist it's a wonderful kingdom ja quasi der nachfolger von it's a wonderful world was ja ja mein quasi spiel des jahres 2020 war weil es einfach ein spiel was man sehr häufig gespielt hat was ich sehr gut und schnell spielen lässt und trotzdem durch sein engine building mit dem produkt mit dem innovativen produktionsmechanismus sehr sehr gut funktioniert und mir wahnsinnig viel spaß macht und da wird es jetzt eine stand-alone variante geben einfach ein zwei spieler spiel dass man auch so spielen kann und da ich das spiel wie gesagt so liebe hätte ich zwar jetzt nicht zwingend da eine variante gebraucht aber das kann ich dann sicherlich auch mal bei meiner frau auf den tisch bringen und eben auch mal solo spielen und daher freue ich mich auf it's a wonderful kingdom sehr mal schauen wird wahrscheinlich auch ein kickstarter werden könnte ich mir vorstellen und inwieweit es dann auf deutsch dann in der spielschmiede vielleicht wieder lokalisiert wird wie der vorgänger das muss man dann auch sehen könnte natürlich dann auch erst nächstes jahr werden die deutsche version ich werde mir wahrscheinlich die englische holen denn das war überhaupt kein problem die sprachunabhängigkeit der karten etc ist alles gegeben da ist kein text drauf der irgendwie relevant wäre von daher freue ich mich sehr drauf und ja mal schauen wie es wird dann schauen wir mal die top 5 auf die ich mich freue und das ist zum einen auf platz 5 origins first builders bei board and dice ein zivilisationsspiel mal wieder auch ein größeres spiel auf jeden fall 60 bis 120 minuten und hier spielen wir oder verkörpern wir natürlich wieder eine eine zivilisation und hier ist es halt ein bisschen anders wir sind halt quasi aliens die einfluss auf die erde nehmen und quasi einfluss auf die weiterentwicklung der welt nehmen wir konstruieren dann eben auch große gebäude oder monumente also geht ein bisschen in verschwörungstheorien von aliens rein die die pyramiden gebaut haben aber an sich sieht das alles ziemlich toll aus es hat ein dice placement mechanismus es hat teil placement und so die mechaniken aber auch die ganze gestaltung und die information die ich bis jetzt gehört habe gefallen mir bei origins first builders sehr muss man natürlich sehen inwieweit jetzt hier eine deutsche version kommt soweit ich weiß wurde jetzt noch keine deutsche variante angekündigt wäre aber auch wahrscheinlich ein spiel was ich mir wahrscheinlich dann wieder auf deutsch holen würde mal schauen also auf jeden fall einer meiner top titel auf Platz 5 meiner Vorfolgerliste dann ein titel auf platz 4 der schon erschienen ist auf englisch nämlich dune imperium hat es dann die deutsche version nicht ganz mehr in das jahr 2020 geschafft wird im jahr 2021 erscheinen und das ist halt quasi der spielerische die spielerische umsetzung des neuen dune films der allerdings auf den herbst diesen jahres verschoben wurde wir verschoben wurde wegen corona und so weit zumindest habe ich das so mitbekommen dass das darauf oder daran angelehnt ist und es ist ein spiel ja was diese dune welt mal wieder aufgreift es gab ja schon vor ewigkeit mal ein dune spiel was jetzt auch vor kurzem neu aufgelegt wurde was aber spielerisch mich nicht so angesprochen hat das hier sieht deutlich spannender aus wir haben hier deckbau mit dabei das heißt ein kartengesteuertes spiel was natürlich immer ein spiel für mich sehr anspricht und wenn man es dann noch mit worker placement kombinieren wie das halt hier ist und die spieler noch unterschiedliche fähigkeiten mit dem spiel bringt die sie nutzen können es gibt kampf der ausgetragen wird aber auch diplomatie und intrigen also alles das was man auch aus dune eigentlich kennt und von daher ja auch so von der komplexität her von der spieldauer her ein spiel ja was eigentlich genauso in meine alley geht genauso in meinem bereich und von daher freue ich mich auf dune imperium die deutsche version im jahr 2021 sehr so dann kommen wir mal in die top 3 und da ist ein spiel auf platz 3 was ganz neu angekündigt wurde nämlich now or never von ryan lowcutt das zweite spiel von ryan lowcutt hier an meiner vorfreude liste wobei hier natürlich die frage ist ob das 2021 dann überhaupt erscheint und ob es auf deutsch dann noch dieses jahr erscheint es wurde jedenfalls angekündigt und der termin auf 2021 erstmal festgelegt es ist halt ein weiterer teil in dieser oben unten und nah und fern reihe now or never heißt der und ja wir sind hier wieder unterwegs erleben abenteuer auf basis von ja von abenteuer von einem abenteuer buch wir bauen ein dorf neu aus wir können spezielle aktionen nutzen wir kämpfen gegen kreaturen und wir entdecken natürlich das land und das hört sich wieder sehr spannend an und ich liebe ja die illustration und die optik dieser ryan lowcutt spiele ich liebe die vorgänger von daher war das für mich als ich das gesehen habe dass das rauskommen wird auf jeden fall ein spiel was ganz ganz oben in meiner vorfreude liste rankt müsste man am endeffekt wie gesagt sehen wann es dann rauskommt und ob überhaupt eine deutsche version rauskommt beim schwerkraftverlag das ist ja nicht so hundertprozentig klar aber ich freue mich auf jeden fall sehr sehr auf now or never auf platz zwei brasil imperial ein titel der direkt aus brasilien kommt der von brasilianischen von einem brasilianischen entwickler kommt und der auch ursprünglich in brasilien ja raus kommt erscheint in deutschland bei hans im glück erscheinen wird das ist ein spiel wo ich schon oder auf das ich schon bei der letzten spiel digital gestoßen bin und was so ein highlight für mich war obwohl natürlich noch ein bisschen hin ist bis es rauskommt es ist ein vorex zivilisationsspiel also das merkt man ein bisschen in meiner liste hier so zivilisationsspiele sind dann doch das was mich am meisten catcht ob die am ende alle so gut sind wird man sehen aber es reizt mich natürlich sehr ja und es ist ein zivilisationsspiel was mal ein bisschen anders ist hier geht es nicht um irgendwelche entdecker aus europa oder irgendwelche leute die da kolonien eingerichtet haben sondern es geht darum unter den völkern in brasilien ein eigenes imperium aufzubauen und quasi per worker placement und area control und so weiter dort eben der neue könig von brasilien quasi zu werden und die vorherrschaft zu erringen und das finde ich ganz witzig ich finde es auch gut und ich hoffe natürlich auch dass es gut umgesetzt ist dass es eben von einem einheimischen autor stammt der sicherlich dann auf irgendwelche kulturellen gegebenheiten und die geschichte des landes natürlich deutlich besser eingehen kann als wenn das ich sag mal so ganz frech ein deutscher autor von der stange jetzt hier so ein spiel produziert haben wir in den letzten jahren schon das ein oder andere spiel erlebt was ein bisschen rabiat und nicht gerade ideal mit irgendwelchen kulturellen eigenschaften fremder völker umgegangen ist von daher hoffe ich dass das hier deutlich besser gelingt und da bin ich eigentlich sehr sehr positiv gestimmt dass das auch so werden wird und hans im glück bringt man hier auch wieder ein wirklich tolles großes spiel raus und die umsetzungen sind ja bis jetzt eigentlich alle über jeden zweifel erhaben bei hans im glück von daher freue ich mich sehr drauf auf die nummer eins ist am ende marvel champions das kartenspiel geworden einfach ein spiel auf das ich mich schon so lange freue weil es natürlich auf englisch jetzt schon ja knapp zwei jahre raus ist und erst gar nicht auf deutsch kommen sollte wurde von asmodee halt so angekündigt dass man es nicht lokalisiert weil man nicht denkt dass es hierzulande so viele fans finden wird dann ist es doch sehr durchgestattet hat einen sehr sehr großen erfolg im englischsprachigen raum gefeiert sehr viele erweiterungen bisher erschienen und weitere angekündigt und nun hat man eben auch die deutsche version für 2021 angekündigt bei asmodee es ist ein ja ein deck building spiel ein lcg wo wir halt ja zusätzliche decks kaufen wie man das halt schon kennt aber deutlich gestream lighter deutlich besser mit hohem widerspiel reiz weil es halt nicht so story basiert ist sondern wir kämpfen halt mit unseren helden gegen erzschorken gegen böse superhelden quasi die man halt aus dem marvel universum kennt und da gibt es sehr sehr viele kombinationen immer wieder neue möglichkeiten gegeneinander anzutreten das heißt auch hier im gegensatz zum beispiel zu arkham horror das kartenspiel wo wir ja eine story erleben die wenig sinn macht die ständig wieder zu spielen ist es halt hier so dass wir wirklich dann immer mehr kombinationen aus decks bekommen die wir miteinander eben kombinieren können und spielen können und wie gesagt spielerisch was ich bis jetzt so alles davon gesehen und gelesen habe eben auch sehr sehr gut und sehr sehr ausgereift und mit 8,2 jahre die bewertung nachdem es doch so lange raus ist auch sehr 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 positiv von daher ich freue mich sehr auf marvel champions das kartenspiel meine nummer 1 vorfreude meine nummer 1 vorfreude spiele für dieses jahr ja das war mein überblick über die 20 titel auf die ich mich aktuell am meisten freue im jahr 2021 die halt hoffentlich auch alle in diesem jahr dann auch wirklich zu mir finden werden ihr könnt ja gerne mal einen kommentar hinterlassen was ihr davon haltet welche dieser spiele auf welche diese spiele ihr euch vielleicht auch sehr freut welche eure vorfreude top 10 sind und welche spiele vielleicht gar nicht in meiner liste drin sind die für euch so ganz besonders sind diesem jahr auf die ihr euch ganz besonders freut ja und dann hören wir uns und sehen wir uns vor allem im nächsten video bei abenteuer brettspiele wieder bis dann